Überraschende Trennungsnews bei den Pochers. Dass es bei dem Comedian Oliver Pocher und seiner Frau Amira nicht mehr gut läuft, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Die Eltern von zwei Kindern bestätigen selbst, sie haben eine Ehekrise. Eigentlich wollen sie an ihrer Beziehung arbeiten, aber das scheitert wohl. In ihrem Podcast Die Pochers erklärt die Influencerin, Wir dachten uns, dass wir das hier auf diesem Wege wahrscheinlich am besten sagen können. Wir sind getrennt. Doch das ist noch nicht alles. Die Österreicherin scheint eigentlich nicht mehr viel sagen zu wollen. Olli packt weiter aus. Ich will auch gar keine Glückskeksfloskeln verbreiten oder pathetisch sagen, wir bleiben für immer verbunden. Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist und das muss man jetzt auch annehmen. Die Trennung scheint von ihr auszugehen. Für ihren Nachwuchs wollen sie sich zusammenreißen. Aber auch ihren Podcast soll es weiterhin geben. Vielleicht können die Fans ja raushören, woran Olli und Amiras Liebe letztendlich zerbricht.